Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag den Wochenhighlights. Im benachbarten Fürstentum Lichtenstein geht derzeit ein Profi-Box-Training über die Bühne mit dem wohl bekanntesten Box-Trainer des deutschsprachigen Raumes, Uli Wegner. Mein Kollege Benedikt Drechsel hat sich das genauer angeschaut. Als Moderator sollte man ja bekanntlich schlagfertig sein, aber die Jungs, die wir heute treffen, die nehmen das wörtlich. Seit fünf Wochen wird im PGP-Boxing-Center hart geschuftet. Zahlreiche namhafte Athleten trainieren im Industriezentrum Gamprin-Bändern in Lichtenstein. Aber auch Anfänger aus der Region sind willkommen. Ja gut, es liegt mir schon am Herzen, dass wir in der Region viel tun, das ist gar keine Frage, aber wir sind schon ausgezeichnet worden, wie ihr da oben seht, als Leistungsstützpunkt vom BDB. Wir bieten hier Trainingslager an, so wie es jetzt gerade läuft mit Uli Wegner und seinen Jungs. Aber hier kann jeder kommen. Also der, der Boxen lernen will, vom Amateur bis zum Profi, ist alles möglich hier. Der Boxtrainer-Ikone Uli Wegner hat es hier so gut gefallen, dass er gleich seine Truppe zum Trainingslager nach Lichtenstein mitgebracht hat. Wegner, welcher schon den ehemaligen Weltmeister Sven Ottke trainierte, sieht in diesem Boxzentrum riesiges Potenzial. Ich kann hier nur lobende Worte sagen. Wir fühlen uns, auch die Sportler, alle sehr wohl hier. Und ja, hier kann was entstehen, was vielleicht einmalig in Lichtenstein wird, dass wir hier Spitzenleistungen herausarbeiten können. Zu Spitzenleistungen gehört auch Disziplin. Da unterbricht Wegner auch einmal kurz das Interview, um für Ruhe zu sorgen. Seid doch mal ruhig, Mann. Tschüss! Soweit Benedikt Drechsel aus der neuen Bockstätte im Fürstentum Lichtenstein. Wir wechseln nun zur Kultur im Kunsthaus in Bregens. Gibt es ab diesem Wochenende eine neue Ausstellung zu bewundern. Raffaela Vogel zeigt mit ihrer aktuellen Ausstellung im KUB Bregens Bellend bin ich aufgewacht, einen Kunstwerkparcours, der eindrucksvoll spannungsgeradene Situationen ins Licht rückt. Zwei Jahre intensives Schaffen münden in einer neuen Ausstellung, einer neuen Weltordnung. Das war ja eine Zeit für mich die letzten zwei Jahre, wo ich sehr, sehr viel gemacht habe, ausgestellt habe und auch wenig Zeit hatte, mal so innezuhalten und zu schauen, was mache ich da eigentlich. Und da mir die Zeit gefehlt hat, dachte ich, ich könnte das auch thematisieren als Kunstwerk. Inspiration findet die junge Künstlerin beispielsweise in den Marken der Soul-Ikone Nina Simon und trifft damit das Spannungsfeld zwischen Haben und Nicht-Haben. Ja, das bezieht sich eigentlich auf eine Erzählung von Nina Simon in einem Lied, And God Know. Und da hat sie halt sehr auch ausführlich beschrieben, was sie hat und was sie nicht hat. Und das wollte ich aufgreifen und auf mein Dasein anwenden und habe das sehr stark umgedichtet. Schwere Gewicht, Druck und Belastung kommen in ihren Werken zum Ausdruck, physisch als auch mental. Dieses Gewicht, das ist vielleicht der einfachste Symbol für Druck oder das Aufgehängte. Das ist für mich symbolhaft für jede Form von Druck und auch Raum von Belastung, aber auch Raumnahme, auch sich selber Raum zu schaffen, Gehör zu schaffen. Also einfach so etwas, ein bisschen übertreiben sozusagen. Also das ist vielleicht die, manchmal, in manchen Arbeiten so eine Ausgangsfrage, wie stark kann ich die Architektur belasten. Mit 31 Jahren ist Raffaella Vogel die bislang jüngste Künstlerin, der das KUB eine Einzelschau widmet. Noch bis 6. Jänner kommenden Jahres sind die Werke von ihr im KUB Bregenz zu sehen. Wir bleiben in Bregenz. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit feierte dort diese Woche das 60-Jährige bestehen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit wird 60 und veranstalte zu diesem Anlass eine mehrtägige Sicherheitstour am Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz. Vor 60 Jahren war die Sicherheit im Straßenverkehr noch eine andere. Gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise Tempolimits oder Gurtenpflicht noch Zukunftsmusik. Also wenn man es an den Getöteten misst, war das in der Vergangenheit viel gefährlicher. Wir hatten in den 70er Jahren rund 3000 Getötete in Österreich. Mittlerweile sind es noch 400. Die gleiche Entwicklung hat sich auch in Vorarlberg vollzogen. Da waren es noch 89 vor 60 Jahren. Heute, beziehungsweise im letzten Jahr, waren es 17 Getötete im Straßenverkehr. In der Vergangenheit hat es gar keine Tempolimits gegeben. Das war ja einer der ersten Dinge, die man eingeführt hat. Tempo 100 auf Landstraßen, Tempo 130 auf Autobahnen. Beim Gurt war es ja so, man hat ja die Gurtpflicht eingeführt, aber es war ein sehr großer Widerstand. Dazu mal 1976 war das. Dass praktisch, wenn man jemanden ohne Gurt erwischt hat, muss der nicht bezahlen. Und das hat man erst acht Jahre später nachgeschoben, dass das dann eben auch eine Buße nach sich gezogen hat. Der Hauptaspekt für Unfälle in der Gegenwart ist die Ablenkung. Ein Umstand, der der Digitalisierung in der Kommunikation geschuldet ist. Es gibt ganz klare Gesetze, dass ich eben nicht ohne Freisprecheinrichtung telefonieren darf, dass ich auch das Navi während der Fahrt nicht bedienen darf. Also das sind Gesetze, die es gibt. Und natürlich versuchen wir auch, das Bewusstsein zu bilden, dass das auch wirklich eine Gefahr ist, wenn wir das verwenden. Und wie wir heute eben auch gehört haben, ist es so, dass 46 Prozent aller Unfälle in Vorarlberg die Unfallursache Ablenkung war. Noch bis zum 18. Oktober können Interessierte spannende Workshops und Sicherheitsstationen in Bregenz besuchen. Das war es auch schon wieder von den Wochenhighlights. Vor dem Wetter sehen Sie noch die neue Folge Schon gewusst. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen ein feines Wochenende. Tschüss! Schon gewusst, dass der bekannte Baumaschinenhersteller Liebherr im Jahr 1976 seinen Standort in Vorarlberg gründete? Im Liebherrwerk Nenzing wurde vor kurzem sogar eine Weltpremiere gefeiert. Im April wurde das erste akkubetriebene Drehbohrgerät präsentiert. Dass auch der weltweit größte Seilbagger das Vorarlberger Produktportfolio ergänzt? Dass das Unternehmen der weltweit größte Kranhersteller ist? Am Standort Nenzing werden Raupenkrane mit bis zu 300 Tonnen Tragkraft hergestellt. Dass Liebherr weltweit über 46.000 Mitarbeiter zählt und in Vorarlberg knapp 1.650 Menschen beschäftigt sind? Heute zusammen beim Ländle-TV-Wetter. Am Sonntag ein kräftiger Föhnsturm steht uns bevor und der treibt die Temperaturen in die Höhe. Auf den Bergen oben aufgepasst, durchaus Windböen im Bereich 90 bis 120 km pro Stunde. Also da geht es ordentlich zur Sache, dass vor allem Rätikon, Silfretta, dann aber auch die Berge im hinteren Bregenzer Wald betroffen. Rheintal und Wallgau, da wird der Föhn im Laufe des Sonntags ebenfalls durchbrechen und dann sind Windböen vereinzelt so im Bereich 60 bis 80 km pro Stunde möglich. Auch das deutlich spürbar, auch schon recht gefährlich, speziell wenn man irgendwo in leichter Höhten in Wäldern unterwegs ist. Sonst kann man das spätsommerliche Wetter noch einmal genießen am Wochenende, speziell der Sonntag, da wird es richtig sonnig. Noch einmal, wir starten schon mit Temperaturen im Bereich von 11 bis 15 Grad, so etwas, wo der Wind noch nicht durchbricht im mittleren Bregenzer Wald um die 8 Grad, aber dann wird es richtig schön und warm für alle mit bis zu 25 Grad im Rheintal und im Wallgau. Also der Föhn ist da, er bricht durch, die Sonne ist da, das Bergwetter ist gut mit der Einschränkung, dass man windgeschützte Stellen aufsuchen sollte, auf der hohen Kuhgloben bis zu 17 Grad. Wie geht es dann in der neuen Woche weiter? Es bleibt im Wesentlichen bei diesem Föhnwetter Montag und Dienstag unverändert. Es können ab und zu auf dem alten Hauptkamm her ein paar dichte Wolken und vereinzelt ein paar Tropfen übergreifen. Insgesamt an die Temperaturen gegenüber Sonntag wieder etwas zurück, aber immer noch für die Jahreszeit deutlich zu mild, mit 11 bis 17 Grad. Am Mittwoch wahrscheinlich etwas mehr Wolken, aber vorerst kein herbstlicher Kälteeinbruch in Sicht. Das war es vom Ländle TV Wetter. Mehr Wetterdaten finden Sie bei kachelmannwetter.com. Für Gott bei Ländle TV. Für Gott bei Ländle TV.